In der Bahn die Nummer 43, das ist Blancpain, ein siebenjähriger Hengst von Perron Junior, Mutter von Silver Moon. Züchter und Besitzer ist Jens Thorsen aus Luxemburg und vorgestellt wird uns Blancpain von Christine Müller vom Club Hibik du Nord in Luxemburg. Christine Müller reitet für Dänemark. Und die Wertnote für die Nummer 279, 6,5. Einreiten im versammelten Galopp, bei X halten und grüßen. Im versammelten Tempo antraben, C rechte Hand. R, K, Mitteltrab. K, versammelter Trab. F, B, Schulter herein. B, Wollte links. B, G, nach links traversieren. Vorzieh, Mittelschritt und linke Hand. SXP, starker Schritt. P, F, A, Versammelter Schritt. Bei A, im versammelten Tempo antraben. K, E, Schulter herein. E, Wollte. E, G, nach rechts traversieren. C, linke Hand. HXF, starker Trab. F, versammelter Trab. Bei A, im versammelten Tempo, an Galoppieren. K, S, Mittelgalopp. S, versammelter Galopp. S, G, versammelter Galopp. Bei G, Viertelpiorette rechts. G, R, versammelter Galopp. R, X, V, versammelter Galopp. X, fliegender Wechsel. V, D, versammelter Galopp. D, Viertelpiorette links. D, T, versammelter Galopp. T, M, Mittelgalopp. M, versammelter Galopp. H, T, drei fliegende Galoppwechsel zu vier Sprüngen. T, F, A, versammelter Galopp. Nach A auf die Viertellinie abwenden. Zwischen D und K nach rechts traversieren bis zur Viertellinie zwischen X und B. Zwischen X und B fliegender Galoppwechsel. Danach nach links traversieren bis zur Viertellinie zwischen G und A. Zwischen G und A fliegender Wechsel und rechter Hand. Versammelter Galopp bis M. M, V, drei fliegende Galoppwechsel zu drei Sprüngen. V, K, A, versammelter Galopp. Auf die Mittellinie abwenden. Bei X halten und grüßen. Im Mittelschritt am langen Zügel die Bahn verlassen. returned in den Schmutzervé. und auf die Mittellinie abwenden. H, I, T, drei fliegende Galoppwechsel zu drei Sprünfe.